Es ist das Jahr 2011. Unschuldig verurteilt hat er nur eine Wahl. Zu töten oder getötet zu werden. Sensationell, der perfekte Wettkämpfer. Ich nehme ihn. Selten hat diese Ansage und damit gleichzeitig auch das Filmzitat so gut gepasst wie heute. Deswegen sage ich ganz unverblümt, it's Showtime. Denn wir wollen uns heute mit einem kleinen Klassiker aus dem Schwarzenegger-Universum beschäftigen. Ich muss dazu sagen, ich habe in letzter Zeit nicht viele neue Filme auf Blu-ray sichten und checken können. Deswegen habe ich ganz einfach mal wieder in die 80er-Jahre-Schublade gegriffen. Und ein kleines, dreckiges, wegweisendes und brutales Juwel zu Tage gefördert. Die Rede ist von Running Man. Schick und neu aufgelegt von Cape Light Pictures. Ja, Running Man basiert lose auf einem Roman von Richard Bachmann. Wie immer man das auch aussprechen möchte. Alias Stephen King. Und er wurde inszeniert von einem Mann namens Paul Michael Glazer. Den kennt man unter anderem als Starsky aus der TV-Serie Starsky und Hutch. Er war auch ganz kurz im gleichnamigen Film mit Ben Stiller und Owen Wilson zu sehen. Aber das soll jetzt hier nichts zur Sache tun. Genauso wenig, wieso, weshalb und warum dieser Mann diesen Film inszeniert hat. Darauf komme ich nämlich später zu sprechen. Und daran werde ich bestimmt auch den einen oder anderen Punkt festmachen. Zuvor und für alle anderen oder für all diejenigen, die halt noch nie etwas von Running Man gehört haben oder halt Running Man noch nicht kennen, erzähle ich erstmal ein bisschen was zur Geschichte. Die spielt in einer fiktionalen, aber dystopischen Zukunft im Jahre, wenn man höre und staune, 2017. Und es geht darum, dass Amerika inzwischen ein Polizeistaat ist, verursacht durch weltweite Wirtschaftskrisen. Und im Land herrschen halt Armut, Elend, Hungersnöte und Ressourcen- und Lebensmittelknappheit. Das Fernsehen ist staatlich reguliert und ansonsten sind Kunst, Musik und Kommunikation entweder auch reguliert oder weitestgehend verboten. Die Masse muss aber betäubt werden und muss von ihrem Elend abgelenkt werden. Und dafür dienen halt eine ganze Reihe von Unterhaltungsshows. Unter anderem der Dauerbrenner und der Quoten-Hit Running Man, wo Todeskandidaten verfolgt werden von sogenannten Jägern und um ihr Leben rennen müssen. Oder eben um ihre Freiheit. Denn am Ende dieses Spiels winkt ihnen eben die Aussicht oder winkt die Aussicht auf einen Ruhestand auf einer tropischen Insel oder an einem schönen Karibikstrand oder sonstige paradiesische Zustände. Ob sie die erreichen, weiß man nicht. Und nun möchte es das Schicksal oder eben das Drehbuch so, dass ein ehemaliger Polizist namens Ben Richards Teilnehmer dieser Unterhaltungsshow wird. Ben Richards hatte sich nämlich geweigert, bei einem Einsatz auf Demonstranten zu schießen, von seinem Hubschrauber aus. Er wurde überwältigt und ja, es fand trotzdem ein Massaker statt, bei dem 60 Menschen ums Leben kamen. Allerdings wurde Ben Richards alleine für dieses Massaker verantwortlich gemacht und zum Einzeltäter und zum Amokläufer hingestellt. Er wurde inhaftiert, konnte kurz fliehen, wurde wiedergefangen und ist jetzt nun halt Teil von Running Man und muss dort im wahrsten Sinne des Wortes um sein Leben rennen. Zu verrecken oder mitzumachen. Auf die Plätze! Ich komme wieder. Los! Dein Kampf der Gladiatoren des 21. Jahrhunderts. Es ist schon lustig, wenn man sich so mal die ganzen Zukunftsvisionen und Dystopien anschaut, die Hollywood im Laufe der Jahre hervorgebracht hat. Naja, also Terminatoren habe ich jetzt noch keine gesehen und auch ein Hoverboard bin ich immer noch nicht gefahren. Ja, und da ist es schon erstaunlich, dass ja eigentlich eher so zwei wirklich zynische, brutale und auf den ersten Blick vielleicht eher billige, wie soll man sagen, leicht konsumierbare, eher im Action-Genre angesiedelte Filme, wie eben Robocop und auch Running Man ihrer Zeit sehr, sehr weit voraus waren und eben sich ausgerechnet anhand dieser Filme dann doch einiges bewahrheitet hat. Ja, ich möchte jetzt nicht unbedingt auf Robocop eingehen, aber ich finde Robocop mit seinen ganzen TV-Einspielern, wie halt auch Running Man, die haben schon ein paar düstere Schatten vorausgeworfen und wenn man sich so die heutige Fernsehlandschaft anguckt, dann fehlt da jetzt auch nicht mehr wirklich viel. Ja, also dieses Zurschaustellen, die Sensationsgier, diese ablenkende Unterhaltung, die hier aufgezeigt und satirisch überhöht wird, die finden wir auch teilweise heutzutage in unserem eigentlichen TV-Programm wieder und auch wie der Staat irgendwie, sag ich mal, eingreift und wie man da einen gewissen Quotendruck unterliegt und wie das Volk durch falsche Informationen beeinflusst und getäuscht wird. Also wie gesagt, ich habe mich lange nicht mehr mit Running Man auseinandergesetzt, aber gerade jetzt aufgrund dieser schönen 4-Disc-Limited-Collectors-Edition, die ich hier vorliegen habe, habe ich doch wieder so ein paar Sachen nochmal reflektiert und mir durch den Kopf gehen lassen und es ist schon erstaunlich. Also wie gesagt, Robocop, Running Man, das sind ja auf den ersten Blick oder für die einfache Betrachtung eher irgendwelche brutalen Action-Vehikel großer Stars oder eben guter Technik. Aber dass die dann doch so viel Visionäres beinhalten, hätte man damals nicht für möglich gehalten. Also ich nicht. Ich habe damals als kleiner Junge, als ich das erste Mal mit Running Man in Kontakt getreten bin, nur einen Wunsch gehabt. Arnold Schwarzenegger in Action sehen. Ich bin ein riesengroßer Arnold Schwarzenegger-Fan und habe alles, wirklich auch alles von diesem Mann begierig aufgesogen. Also selbst so Filme wie Cactus Jack und die Jane Mansfield-Story und auch Hercules in New York habe ich mir, glaube ich, mehr als nur einmal angesehen. Und dementsprechend, was soll ich sagen? Ich bin ein riesengroßer Arnold Schwarzenegger-Fan und nach Terminator, nach Phantom-Kommando und diversen, sage ich mal, erneuten Sichtungen, war ich natürlich brennend heiß auf Running Man. Man muss jetzt im Nachhinein sagen, okay, der Film wirkt natürlich schon ein bisschen billig, wie auch veraltet, obwohl es damals der teuerste Film war, den Schwarzenegger bis dato produziert hat. Vielleicht war er aber auch so teuer, weil er fünf Millionen Gage bekommen hat. Aber Predator zum Beispiel, Predator, der war günstiger als Running Man. Und ich glaube auch erfolgreicher, denn leider ist Running Man an den Kinokassen eigentlich doch eher untergegangen. Er hat, glaube ich, nur so 38 Millionen eingespielt, was bei den Produktionskosten von 20 bis 25 Millionen einfach zu wenig war. Was ein bisschen schade ist, denn, ja, sage ich mal, wenn man Fan von 80er Jahre Action-Unterhaltung ist, dann kann man mit Running Man eigentlich nicht so viel verkehrt machen. Gerade jetzt in dieser ungeschnittenen Fassung, die hier vorliegt. Und ich greife hier so ein bisschen was vorweg, aber allein die Marketingkampagne von Running Man, dieses Plakat mit Schwarzeneggers Gesichtshälfte, mit diesem, ja, mit Buzzsaw auf dem Motorrad, mit der Kettensäge und so ein paar andere Bilder, die haben halt schon die Fantasie angeregt. Und, naja, so ein Gladiatorenkampf im Fernsehen, das ist natürlich schon eine Ansage, die ich als kleiner, actionhungriger, junger Mann gerne angenommen habe, beziehungsweise auf die ich mich sehr gefreut habe. Und dann kamen natürlich dann auch so ein paar Gerüchte schon zu Tage von wegen, dass das Ding relativ brutal ist und dass es Probleme bei der FSK gab und dass hier Szenen geschnitten werden mussten. Und umso heißer wurde ich natürlich auf diesem Film. Ja, ich bin erst spät mit dem Roman von Stephen King in Berührung gekommen und ich muss definitiv sagen, der Roman ist um Welten besser. Aber der Roman ist halt auch echt eine ganze Spur depressiver. Also hier ist Ben Richards kein Polizist, sondern ein einfacher Mann, der halt gezwungen ist, aufgrund seiner kranken Tochter und der, ich glaube, toten Mutter und eben, weil er mit einem Vorarbeiter eine Prügelei angefangen hat, ja, der ist halt aufgrund seiner Armut dazu gezwungen, sich für dieses, jetzt hätte ich beinahe gesagt, Millionenspiel, aber sich halt eben für dieses Showformat zur Verfügung zu stellen. Und dort ist es auch so, dass dieses Showformat in seinen Alltag integriert wird. Also es sind halt irgendwelche willkürlichen Menschen, die Jagd auf ihn machen. Es könnte der Hotdog-Verkäufer sein, der Postbote oder eben die Frau an der Supermarktkasse. Das weiß er nicht. Und dementsprechend bezieht das Buch daraus seine Spannung. Und auch der Handlungszeitraum ist deutlich länger, denn diese Show geht hier fast einen Monat oder über mehrere Monate, während im Film, ja, das fast nur eine Nacht ist. Und dementsprechend sollte man sich halt auf keine allzu akkurate Umsetzung freuen beziehungsweise keine allzu akkurate Umsetzung erhoffen. Aber das hat mich, als ich dann das Buch gelesen habe, nicht gestört. Ich finde, das Buch hat das wesentlich bessere Ende. Also ein wirklich richtig geiles Ende. Aber ja, es ist halt sehr niederschmetternd und depressiv. Und das wäre für ein Arnold Schwarzenegger-Vehikel damals einfach nicht möglich gewesen. Der war einfach neben Stallone der Actionstar zurzeit und konnte dann in seiner Garagen auch so langsam selbst diktieren. Und dementsprechend musste halt auch der Film um ihn herum geschneidet werden. Und das Ergebnis ist halt ein Film, den man schon ansieht, dass er halt an realen Schauplätzen gedreht worden ist, dass man sich sehr viel Mühe gegeben hat bei gewissen Kulissen, der aber auch schon an einigen Kulissen erkennen lässt, dass nicht das allerhöchste Budget vorhanden war oder dass man sich vielleicht hier und da ein bisschen zu viel vorgenommen hatte. Und auch die Kämpfe, wenn man sich die so anguckt, die sind schon teilweise ein bisschen, wie soll man sagen, hölzern. Oder halt einfach ein bisschen steif, nicht ganz so wuchtig, nicht ganz so gut geschnitten. Und das hat aber dann auch, muss man dazu sagen, und das ist ein bisschen schade, weil das weiß die normale Zuschauer halt eben nicht, das hat natürlich ein bisschen was mit der Entstehungsgeschichte des Films zu tun. Denn da waren eigentlich eine ganze Menge Regisseure beteiligt, bis dann endlich Paul Michael Glaser den Film fertiggestellt hat. Und das wirkt sich dann halt schon so ein bisschen auch auf die Herangehensweise auf die Darstellung, auf die Inszenierung und so weiter aus. Aber ansonsten kriegt man eigentlich, vor allem als Schwarzenegger-Fan, eigentlich alles, was man will. Man kriegt einen relativ einfachen Plot, der Arnold dann schon trotz seiner Lage, sage ich mal, als klaren Helden etabliert, als unschuldig verurteilten. Und da ist man natürlich automatisch als Zuschauer mit auf seiner Seite, der sich halt hier durch diese perverse Spielshow kämpfen muss. Und es gibt fiese Kämpfer, die halt in Wrestling- oder Wrestler-Manier präsentiert werden, nur halt dementsprechend viel, viel brutaler sind und halt auch Menschen halt wirklich in zwei Hälften zerteilen und so weiter und so fort. Und das gibt dem Ganzen natürlich schon eine gewisse Härte. Plus das dystopische Setting, also diese verfallenen Ruinen, diese Industriekomplexe und so weiter, durch die sich Schwarzenegger und seine beiden Begleiter kämpfen müssen im Laufe des Films. Und das hat natürlich schon einen gewissen Flair gehabt. Plus, und das ist auch etwas, was hier einer der Beteiligten im Bonus-Material erzählt, auch was mir nicht so wirklich aufgefallen ist, aber wo er halt recht hat und was mir jetzt erst aufgrund dieser Collectors Edition bewusst geworden ist, dieser Film hat zwei unterschiedliche Arten der Beleuchtung. Er ist zum einen wie eine Spielshow beleuchtet, aber gleichzeitig auch halt wie ein Film. Und das ergibt dann doch einen relativ stimmigen und atmosphärischen Effekt, den ich früher einfach gar nicht so richtig realisiert habe, sondern einfach nur hingenommen habe und die Faszination daraus oder davon akzeptiert habe. Und das finde ich eigentlich jetzt im Nachhinein echt ganz cool. Also wieder ein Aspekt, weswegen sich eigentlich eine Neusichtung von Running Man lohnt. Der, wie soll man sagen, der medienkritische oder der satirische Ansatz, der ist auf jeden Fall ein Blick wert und ja eben halt auch die Art und Weise der Inszenierung. Und weil hier alles ziemlich handgemacht ist, das muss man auch dazu sagen. Und hinzu kommt Schwarzenegger mit seiner Präsenz. Ich meine, wir haben halt wirklich den Vorteil in Deutschland gehabt, dass wir halt mit Herrn Danneberg, Danneberg heißt der, glaube ich, eine wirklich ultra passende Synchronstimme von Arnold Schwarzenegger haben, oder gehabt haben, oder haben, doch ja haben, und wir halt, oder ich, Arnold Schwarzenegger, aufgrund seiner Synchronstimme erst kennengelernt habe. Und naja, das hat Arnold Schwarzenegger als deutschen Zuschauer schon zu einem etwas besseren Schauspieler gemacht, als man es vielleicht im O-Ton wahrhaben möchte. Also er ist halt schon hier und da einfach ein bisschen steif und wie er auch Sätze so ausspricht. Aber das hat natürlich auch zu seiner Popularität beigetragen oder hat halt natürlich seine Popularität noch größer gemacht, dieses eher angedeutschte Englisch. Und hier, wie gesagt, er hat halt diese markante Stimme, die hat so wie die Faust aufs Auge gepasst und hat halt Arnold dann teilweise dann doch als den besseren Darsteller dastehen lassen, als er eigentlich war. Und dementsprechend war das für mich eine wirklich gute Arnold-Performance mit vielen One-Linern, mit vielen coolen Moves und halt immer wieder nochmal einen flapsigen Spruch, wenn man jemanden um die Ecke gebracht hat. Und ja, und dann, weiß ich nicht, es gibt eine schöne Endballerei. Also ich habe Running Man vor allem als Actionfilm immer sehr genossen. Natürlich im Laufe der Jahre, je öfter ich diesen Film gesehen habe, sind mir natürlich dann auch diese satirischen Aspekte aufgefallen. Und gerade heutzutage ist es halt nochmal wirklich überdeutlich, wie vorausschauend dieser Film war. Dementsprechend, wenn ihr euch, sage ich mal, auf eine gewisse 80er-Jahre-Optik einstellen könnt, wenn ihr akzeptieren könnt, dass das alles doch sehr, ich sage jetzt mal, einfach und direkt inszeniert oder auch erzählt ist. Und wenn ihr Fan von Schwarzenegger seid, dann ist Running Man auf jeden Fall euer Film. Ich möchte aber auch nicht ausklammern, dass dieser Film, und ich habe es ja eben schon einmal angesprochen, dass dieser Film natürlich, ja, ja, er ist vielleicht der Nährboden für Filme wie Battle Royale oder halt Tribune von Panem, aber jetzt mal muss man fairerweise sagen, hier in Deutschland war das eigentliche Todesspiel oder beziehungsweise das Millionenspiel zuerst. In den 70er-Jahren hatten wir halt das Millionenspiel von einem Mann namens Wolfgang Menges und das greift halt die Idee vorweg. Das schickt halt wirklich Kandidaten durch ganz Deutschland und lässt sich von einer Killertruppe jagen, unter anderem von Dieter Hallerforden. und wurde damals durch sehr dokumentarische Aufnahmen inszeniert und vermittelt und unterfüttert. Und das hat dazu geführt, dass Leute wirklich geglaubt haben, dass dieser Film oder diese Serie, dass das echt ist. Die haben halt diese fiktive Nummer, die halt in dem Film oder in dieser Serie, ich glaube, es ist ein Film, die haben halt, es hat halt dafür gesorgt, dass diese Leute diese fiktive Nummer anrufen und sich halt als Kandidat oder eben als Jäger in diesem Millionenspiel zur Verfügung stellen wollten. Ja, und man kann schon sagen, ich glaube, man muss dazu fair, also ich muss noch weiter ausholen und noch fairer sein, der Roman von Bachmann beziehungsweise das Millionenspiel beziehen sich halt auch wieder auf eine amerikanische Kurzgeschichte, dessen Autoren ich jetzt leider vergessen habe. Also es gab mal eine Kurzgeschichte, daraufhin wurde ein bisschen was entwickelt, dann kam das Millionenspiel und dann kam das Buch, Menschenjagd und dann kam Running Man. Ja, aber nichtsdestotrotz muss man dazu sagen, Running Man, obwohl er jetzt an den Kinokassen nicht so erfolgreich war, er hat sich seinen kleinen Kultstatus oder seinen kleinen Fanstatus hart erarbeitet und redlich erarbeitet und dementsprechend kann man ihn schon, sag ich mal, immer mal wieder hervorheben, wenn es eben um zukunftsweisende Dystopien geht oder um Dystopien, die halt doch schon einige Punkte getroffen haben, die sich jetzt inzwischen bewahrt haben, dementsprechend, ja, Running Man von mir, ganz klare Empfehlung, sei es jetzt nun aus soziopolitischer Sicht oder eben halt aus Action-Sicht, auch wenn sie teilweise vielleicht ein bisschen unbeholfen oder holprig wirkt, aber trotzdem, du hast fiese Kämpfe oder fiese Jäger, du hast einen muskulösen Arnold, du hast coole Sprüche, du hast einige fiese Kills, du hast ein paar nette Settings und ja, hier und da noch ein bisschen Gesellschaftskritik. Was will man mehr, wenn man über eine kleine, rotzige Dystopie-Action-Perle aus den 80er Jahren spricht? Ich möchte gleich noch ein wenig mehr auf Form und Inhalt des Films eingehen, aber das werde ich im Rahmen der Extras machen. Ich finde, da bietet sich das ein wenig mehr an, wenn ich auf die Bonus-Materialien eingehe. Zuvor möchte ich aber erstmal die audiovisuelle Präsentation dieser 4 Disc Limited Collectors Edition eingehen und ein bisschen was zu Bild und Ton erzählen. Machen wir uns nichts vor, der Film ist 31 Jahre alt, er wurde mit einer 35mm Kamera gedreht und dementsprechend macht sich das Alter an allen Ecken und Enden bemerkbar. Aber Cape Light Pictures, die hier zum erneuten Male mit einer Firma namens TLE Films zusammengearbeitet haben, haben hier wirklich schöne Arbeit geleistet, denn das Bild ist wirklich so sauber und ruhig, wie man es selten gesehen hat. Dazu kommen schöne oder ausgewogene Kontraste, ein paar schöne natürliche Farben und eine doch recht gute Schärfe. Also gerade in den Totalen, da sieht man doch Details, die hat man vorher Ewigkeiten nicht gesehen. Aber ich sage es gleich, natürlich, es gibt auch ziemlich viele weiche Aufnahmen, gerade in den Halbtotalen oder an den Rändern und im Dunkeln oder in weniger gut ausgeleuchteten Szenen, ja, da versumpft das Bild auch schon mal ein bisschen. Da sind Bewegungen unscharf, da sind Bilder verrauscht, da gehen Details in den Schatten unter. Also der Film ist 31 Jahre alt, also dementsprechend kann man da schon mal das ein oder andere Auge zudrücken, zumal halt wie gesagt, ansonsten sieht man wirklich kaum noch defekte Artefakte, irgendwelche Brennpunkte oder weißen Bildpunkte. Also das haben sie wirklich sehr, sehr schön bereinigt und ja, sie haben es schön hochskaliert oder halt eben gesäubert und scharf oder besser durchzeichnet, als es bisher der Fall war. Also hier kann man sich rein optisch nicht beschweren, wenn man bedenkt, dass dieser Film wirklich 31 Jahre alt ist. Ein anderes Thema ist der Ton, denn hier muss man dazu sagen, es gab bereits eine DVD- oder Blu-Ray-Veröffentlichung und für die hat man, oder für beide hat man, eine neue Synchronisation angefertigt, mit der viele Fans nicht wirklich zufrieden waren. Da hat man zwar weitestgehend auf die alten Sprecher zurückgegriffen, aber trotzdem fanden das viele Fans nicht sehr geil. Deswegen gibt es jetzt hier den originalen Kino-Synchro-Mix. Einmal als, ich glaube, HDMA 5.1 Digital-Mix, also als aufgepowerten oder aufgepushten Digital-Mix und dann aber auch als PCM 2.0 Stereo-Spur. Das ist wirklich halt der originale Kino-Sound und die originale Kino-Synchronisation und das ist schon okay. Also die Dialoge sind jederzeit klar verständlich, kann man kein Problem mit haben beziehungsweise kann man keine große Schwachstelle irgendwie finden. Und ansonsten, ja, was soll man sagen? Also der Mix oder diese PCM 2.0 Spur, die bringt die Dynamik schon ganz gut rüber. Man merkt auch hier und da, ist mal ein Bass vorhanden und es gibt auch einige, sag ich mal, Umgebungsgeräusche oder Hintergrundgeräusche. Das ist schon ganz ordentlich, gerade am Anfang in dem Hubschrauber, als Schwarzenegger überrumpelt wird. Da kann man schon ein paar schöne Sounds im Hintergrund feststellen. Aber auch hier sollte man sich nicht allzu viel erhoffen oder erwarten, denn das ist halt eben ein Stereo-Mix 2.0. Naja. Und man muss auch sagen, der Abmix, also dieser hochgezüchtete 5.1 Mix, der ist auch solide, aber der kann jetzt nicht mehr so viel rausholen. Also das wird nicht wirklich besser. Was allerdings schön ist, dass die Stimme von Arnold Schwarzenegger, von Herrn Dannenberg, dass die doch sehr präsent ist und schön vom Klangbild eingefangen wurde. Also hier möchte ich mich auf jeden Fall noch mal ganz positiv äußern. ansonsten gerade in den Szenen, die im TV-Studio spielen. Also wenn Damon Killian, der Moderator von Running Man, wenn der halt mit dem Publikum spricht oder halt auch der Applaus des Publikums oder irgendwelche Rufe und so weiter, das ist alles ein bisschen zu hallig. Ja, also da klingen manche Sätze doch etwas zu lange nach beziehungsweise haben sie da einen etwas zu harten Hall-Effekt drauf gelegt. Und auch hier und da Blechern oder ja, Verrauschen. Ich weiß nicht, ob man Verrauschen wirklich sagen kann, aber ja, es verziehen schon einige Sounds, Schüsse oder auch mal die ein oder andere Explosion. Da muss man sich auch mit abfinden können. Ansonsten, wenn man halt etwas mehr Authentizität braucht, dann sollte man vielleicht auf den englischen 2.0-Mix zurückgreifen oder eben halt auch auf den hochskalierten oder sagt man dazu hochskalierten, auf den hochgepushten 5.1-Mix, den sie von der Originalspur gemacht haben. Die sind halt dann, wie gesagt, ein ganzes Stück echter, ein ganzes Stück gereifbarer, aber sind noch fernab von modernen Blu-ray-Standards entfernt oder beziehungsweise noch ein ganz gutes Stück von Blu-ray-Standards entfernt. Dementsprechend will ich auch gar nicht so hart ins Gericht gehen. Ja, aber an sich kann man sagen, anhand der Vorlage, anhand des Ausgangsmaterials, anhand des Alters des Films kann man hier rein optisch und akustisch auf jeden Fall von einer guten Arbeit sprechen, die natürlich ihre altersbedingten Erscheinungen mit sich bringt, aber an sich ja, sehr schön restauriert wurde. Arnold Schwarzenegger Running Man Er kämpft um einen Preis. Der Preis ist sein Leben. Brauchst du Feuer? Und jetzt, ja, jetzt geht es wahrscheinlich wieder unkontrolliert vorwärts beziehungsweise werden wahrscheinlich jetzt wieder alle Dinge, die mir so in den Kopf kommen, einfach rausgeschossen, ohne dass sie wirklich im Zusammenhang stehen. Ich versuche es natürlich und ich hoffe, ich kriege das alles so geordnet wie möglich hin, aber ich war doch echt begeistert ob des Bonusmaterials auf dieser 4-Disc Collectors Edition. Fangen wir mal damit an. Es gibt den Film hier als Blu-ray, es gibt ihn auf DVD, es gibt eine Bonus-Blu-ray mit dem ganzen Extramaterial drauf und es gibt den Soundtrack von Harald Faltermeier als Extradisc, was schon mal sehr, sehr schön ist. Dann gibt es ein 48-seitiges Booklet. Das beinhaltet unter anderem ein paar Konzeptzeichnungen und Konzeptarts und so weiter, die ganz schön sind oder ganz schick anzuschauen sind und man so ein paar Ideen von, ja, wie soll man sagen, der ersten Skizze bis in den finalen Film nachvollziehen kann oder halt, was sich manche zeichne oder was die Konzeptartists oder die Konzeptzeichner, was die sich halt bei gewissen Sachen gedacht haben und was letztendlich daraus geworden ist, fand ich ganz schön und es gibt einen doch recht langen Text, der auf alle Einzelheiten des Films eingeht von einem Mann namens Nando Rohler, ich glaube, so heißt er, oder Röhler, eins von beiden. Der ist schön geschrieben, ich fand ein bisschen unglücklich, dass die Schrift etwas klein ist und dann halt auch grau auf schwarz gedruckt wurde, aber ansonsten muss man sagen, das sind da schon, man kann schon ein paar schöne Anekdoten daraus ziehen, unter anderem war wohl ein Problem, dass Damon Killian, der Running Man Host, ja, der Moderator von Running Man, der ist gespielt worden von einem Mann namens, oh man, wie heißt der, Richard Dawson, Richard Dawson, den kennt man vielleicht unter anderem aus Ein Käfig voller Hellen, da hat er eine kleine Rolle gehabt, der war halt früher Schauspieler mit überschaubarer Karriere und ist dann später halt TV-Moderator geworden und hat unter anderem das, ja, amerikanische Familienduell moderiert und deswegen ist er halt sehr populär geworden und deswegen ist es eigentlich ein sehr schöner Schachzug, ihn hier als Host von Running Man zu installieren. Der hat halt ein wenig oder nee, nicht nur ein wenig, sondern ziemlich viel von seiner Erfahrung in den Dreh mit einfließen lassen. Der hat halt einfach wahllos Szenen oder Sätze geändert, improvisiert und immer wieder neue Sachen eingebracht, die halt den Drehbuchautor Stephen E. de Sousa ganz gehörig in Schwitzen gebracht haben, denn sie haben halt dafür gesorgt, dass die fortlaufende Handlung nicht mehr ganz schlüssig ist beziehungsweise Sachen halt einfach nicht mehr zusammenpassen und deswegen gab es ein etwas längeres und klärendes Gespräch zwischen den beiden, bei dem de Sousa einfach rausfinden wollte, wie eben dieser Show-Moderator tickt und was den so antreibt und wie der halt gewisse Sachen angeht und daraufhin hat er sein Skript eben den, wie soll man sagen, Verhaltensweisen von Richard Dawson angepasst. Sowas steht unter anderem in dem Booklet drin oder es geht unter anderem auf die ganzen Jäger des Running Man Spiels ein, also Sub-Zero auf Buzzsaw und so weiter durch wen die verkörpert worden sind. Es gibt einen kleinen Abschnitt über Jesse Ventura, mit dem Arnold Schwarzenegger zuvor ja schon in Predator gedreht hatte und ja, über den ich mich dann doch sehr gefreut habe im Film, auch wenn seine Rolle doch relativ klein ist, aber dieses Aerobic-Video von ihm, das ist schon sehr bescheuert und sehr schön und, oder sehr schön bescheuert, sagen wir es so und da habe ich mich dann auch darüber gefreut, ihn halt wieder in diesem Film zu sehen und ja, also wie gesagt, es gibt halt jede Menge Anekdoten, da gibt es auch ein längeres Kapitel beziehungsweise und jetzt greife ich schon ein bisschen vorweg, naja, wie soll man sagen, ich schiebe das nochmal ein Stück weit nach vorne oder zurück. Vorher noch, es gibt zwei Audiokommentare auf der DVD wie auch auf der Blu-Ray. Der eine Audiokommentar ist von dem Regisseur und ich glaube einem der Produzenten und der andere ist von einem, ja, doch relativ berühmten Co-Produzenten, nämlich von Rob Cohn. Den kennt man unter anderem für Triple X oder Fast and the Furious. Der hat den ersten Fast and the Furious inszeniert und der, wie halt auch die beiden anderen, also er hat einen eigenen Audiokommentar, wie halt auch Glazer und sein Co-Mitproduzent und die erzählen halt auch echt jede Menge interessante Geschichten. Aber, was man anhand des Bonusmaterials merkt und das ist etwas, wo mir wieder eine andere Tatsache echt mal noch mehr ins Auge gefallen ist als sonst. Vielleicht habt ihr das auch schon öfter mal gesehen, wenn man sich das Bonusmaterial anschaut, dann gibt es vorher eine Texttafel oder am Anfang eines Films steht immer eine Texttafel, in der darauf hingewiesen wird, dass die Ansichten und Meinungen der hier vor- oder auftauchenden Mitarbeiter oder Mitwirkenden, dass die nicht unbedingt der Meinung oder dass sie nicht wirklich die Meinung oder die Ansichten der Studios repräsentieren. Ja, also gibt es immer so eine Texttafel mit so einem vorgefertigten Text. Entschuldigt bitte. Und hier bei Running Man ist mir zum ersten Mal so wirklich bewusst geworden, warum man das sagt, denn ein großes Thema innerhalb dieser Bonusmaterialien sind wirklich die Regisseurswechsel während der Dreharbeiten. Ursprünglich war mal George Cosmatos angedacht worden oder angedacht für die Regie. Der hatte unter anderem Rambo 2 inszeniert. Und dann gab es noch so einen, zwei Leute, irgendwie so einen Briten, der seine ganz eigene Vorstellung hatte. Ich glaube, er hieß mit Vornamen, er hieß Ferdinand Fairfax. Ferdinand Fairfax. Der wollte halt so ein bisschen britischen Humor damit einfließen lassen. Das war dann aber auch nicht so wirklich das, was sich die Produzenten haben vorgestellt. Und dementsprechend wurde er dann auch wieder zur Seite geschoben. Und dann kam man auf Andrew Davis. Andrew Davis ist ein Regisseur, der schon zuvor viele Actionfilme oder einige Actionfilme gemacht hatte, der unter anderem später mal einen wirklich tollen Actionfilm gemacht hat, nämlich Auf der Flucht. Diese, wie soll man sagen, Filmadaption der TV-Serie von Dr. Kimball auf der Flucht, hieß sie glaube ich in Deutschland, mit Harrison Ford und Tommy Lee Jones, wo Tommy Lee Jones ja auch einen Oscar für gewonnen hat. Ja, und der hatte auch zum Beispiel Alarmstufe Rot gemacht mit Steven Seagal oder Nico und ja, Arnold Schwarzenegger war halt ein Fan und jetzt, wenn man Audiokommentar oder Booklet glaubt, ja, Rob Cohen sagt irgendwie oder es geht in dem Audiokommentar aus, dass Schwarzenegger wohl Andrew Davis haben wollte aufgrund von Alarmstufe Rot, was nicht so ganz richtig ist und was halt im Booklet korrigiert wird, sag ich mal so. denn Schwarzenegger war Fan von Cusack, der Schweigsame. Das war ein Film, den Andrew Davis mit Chuck Norris inszeniert hatte und Schwarzenegger ja, war irgendwie Fan davon und wollte eben deswegen mit Andrew Davis zusammenarbeiten. Jetzt kommt's aber. Man erfährt unter anderem in dem in dem in einem Interview ne, ihr merkt's, es ist ein bisschen schwierig. Ja, die Regisseurswechsel, die sind hier halt wirklich ein präsentes Thema. Im Audiokommentar wird darauf eingegangen, im Booklet wird darauf eingegangen, da gibt's ein größeres Kapitel zu, wer halt irgendwie beteiligt war, wer die treibende Kraft war, warum gewisse Dinge voran vonstatten gegangen sind und in dem Booklet steht unter anderem, dass man nicht ganz zufrieden war mit Davis' Arbeit, weil er halt den Zeitplan nicht ganz eingehalten hatte, weil er sich irgendwie auch nicht so wohl gefühlt hatte und dann kam es wohl zu einer Situation, also er hatte eine Idee, die hat er auch dann Autor Steven D'Souza und dem Produzenten irgendwie vorgetragen, aber naja, die waren halt alle der Meinung, das bringt nichts. Es ging wohl darum, dass Arnold Schwarzenegger einen dieser Explosionspucks von Sub-Zero behalten sollte, um ihn am Ende des Films nochmal rettend einzusetzen und das erschien halt weder den Produzenten noch Stephen D'Souza irgendwie plausibel, weil warum sollte er ihn nicht schon vorher eingesetzt haben, wenn er ebenfalls schon ein paar Mal in Gefahr war und wurde. Den kannte glaube ich entweder Rob Cohen oder einer der anderen Produzenten aufgrund eben diverser TV-Produktionen wie zum Beispiel Miami Vice und für die war es halt jetzt so, dass sie sich gezwungen sahen auf die Turbo zu drücken, weil der Kino-Release, der stand halt schon fest und den mussten sie unbedingt einhalten, diesen Termin, also hat man jemanden geholt, der mit einer schnellen Arbeitsweise beziehungsweise unter, sag ich mal, gewissen druckvollen Bedingungen gut arbeiten kann, der sich damit auskennt und der das gewohnt ist und deswegen hat man halt Paul Michael Glazer geholt, der den Film halt runtergespult hat und in dem Booklet unter anderem wird dann halt noch Schwarzenegger erwähnt, der zwar jetzt so seinen Frieden mit Paul Michael Glazer gemacht hat, aber trotzdem wohl immer noch in seiner Biografie Paul Michael Glazer als nicht den geeigneten Regisseur bezeichnet, der Running Man zum Erfolg hätte machen können und er gibt ihm auch so eine gewisse Teilschuld daran, dass Running Man halt hinter den Erwartungen zurückblieb und halt nur 38 Millionen Dollar bei, ich korrigiere mich, 27 Millionen Dollar Produktionskosten eingespielt hat. Ja, also solche Anekdoten findet man halt zuhauf innerhalb dieses Booklets oder eben innerhalb der Audiokommentare. Ja, aber darüber hinaus gibt es noch ein Interview oder es gibt insgesamt vier Interviews auf der Disc. Eins mit Renato Casaro, der hat das Poster entworfen oder die Plakate. Dann gibt es eins mit Robert Grasmere oder Grasmere, der hat die visuellen Effekte von Running Man unter anderem gestaltet beziehungsweise viele davon dazu beigetragen. Es gibt ein Interview mit Stephen Edesusa, dem Drehbuchautor und mit Susan Jeffords, die sich ein bisschen über das Männlichkeitsbild der 80er Jahre auslässt beziehungsweise die halt einfach mal analysiert, warum dieses Muskelkino in den 80er Jahren so populär war. Das ist echt ganz interessant. Und dann gibt es noch ein Interview mit Harald Faltermeier, der Harald Faltermeier, ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte des Soundtracks erzählt. Und ich dachte immer so, ja komm, ich gucke da mal kurz rein, ich höre mir ein, zwei Minuten an, skip dann einfach mal so drei, vier Minuten vor und höre mal hier wieder rein und skip dann hier und da auch nochmal rein und höre mal einfach so ein, zwei Brocken raus, um die dann halt wiedergeben zu können. Ich habe wirklich alle Interviews, ich habe sie angemacht und egal wer was erzählt hat, es war so interessant und so faszinierend, dass ich halt drangeblieben bin und mir das komplett angeguckt habe. Und man muss dazu sagen, die sind alle Minimum 23 Minuten lang, also das kürzeste Interview ist glaube ich das mit Harald Faltermeier, das geht 15 Minuten, aber selbst das war wirklich unterhaltsam. Wenn er zum Beispiel erzählt, dass er zu der Zeit, als er Running Man komponierte, noch irgendwie sich so ein bisschen im Umzug befand und irgendwie die ganzen Gitarrenverstärker im Haus aufgestellt waren, um halt eben diese verzerrten Gitarren- zu bekommen und aufgrund des Soundtracks, weil sie halt immer diese Gitarren-Sounds eingespielt haben, dann wirklich Weinflaschen aus den Regalen vibriert sind und so, und dann auf den Boden geknallt sind und so. Also das fand ich schon sehr, sehr cool und auch was Faltermeier so ein bisschen zur Remix-Kultur irgendwie sagt, wie halt Techno-DJs seinen Soundtrack aufgegriffen haben, wie schwierig es war, zum Beispiel für ihn war, den Soundtrack oder den Score von Beverly Hills Cop an den Mann zu bringen. Also der Regisseur wollte wohl eben dieses poppige, Synthesizer-lastige Ding haben. Die Produzenten waren eher so, ja, nee, lieber mit Orchester und mit Klassik und so weiter und das hat wohl vier Anläufe gebraucht, damit, ja, das berühmte Thema dann endlich in diesem Film gefunden hat und, naja, was soll man sagen, der Rest ist Geschichte, ist ein Riesenhit geworden, aber es war halt lustig, weil Harald Faltermeier beschreibt da halt auch, wie doch ein wenig kompliziert das Ganze war, weil, naja, er wurde halt gefragt, wohin die Musiker kommen sollen, um halt den Soundtrack einzuspielen und er hat gemeint, ey, ich brauche gar keine Musiker, ich spiele das alles alleine ein, am Synthesizer oder wir machen das alles selbst, wir brauchen kein großes Orchester. Ja, Problem ist, aber in Amerika, das ganze Filmbusiness, es funktioniert halt alles über diese Gilden beziehungsweise diese, wie soll man sagen, Gewerkschaften, Regisseur, Schauspieler, Komponisten und so weiter und so fort und deswegen war Faltermeier wohl verpflichtet, Musiker aus dieser Gewerkschaft einfliegen zu lassen oder in sein Studio kommen zu lassen, obwohl die halt nichts machen mussten und deswegen haben die halt wohl die ganze Zeit in seinem Wartezimmer und seinem Vorraum gehockt, Kaffee getrunken, Karten gespielt und er hatte halt im Nebenstudio gearbeitet, während die halt einfach nichts getan haben, aber halt einfach dann vertraglich dazu verpflichtet waren, da zu sein. Solche Sachen erzählt unter anderem das Interview mit Harald Faltermeier, schön und auch die anderen, die Art of the Blockbuster, das ist das Interview mit Renato Casaro, das ist auch richtig gut, ich meine, weil mir da erstmal aufgefallen ist, ich kannte den Namen, ich hab den Namen doch irgendwo schon mal gehört oder ich kenn den Namen doch, wieso ist mir der so bewusst und dann erzählt er halt, was er halt alles gemacht hat, die ganzen Rambo Plakate, alles von ihm, Running Man und er zeigt halt der letzte Kaiser, weiß ich nicht, also er zeigt halt so ein Bildband mit seinen gesamten Arbeiten, die Farbe, nee nicht die Farbe Lila, Misery ist von ihm, oder halt wie gesagt diese ganzen ikonischen James Bond Plakate, diese ganzen ikonischen typischen 80er Jahre Filmplakate mit tausend verschiedenen Informationen, es war einmal Amerika zum Beispiel, er hat einige Leone Plakate entworfen für My Name is Nobody und so und er erzählt halt so ein bisschen von so einer Arbeit mit Leone und wie er halt versucht hat, seine Stimme beziehungsweise seinen Stil zu finden und wie er halt als kleiner Junge, sag ich mal, in Kinos gegangen ist um sich die Plakate anzuschauen, weil er konnte sich die Filme nicht leisten und hat sich halt anhand der Plakate dann immer seine Filme im Kopf ausgemalt und das ist dann so das Prinzip, was er dann auf seine Plakate übertragen hat und das ist etwas, was ich ebenso erstaunlich finde, denn er sagt halt, ein Plakat ist nur dann wirklich gut oder hat nur dann sein Ziel erreicht oder sein Ansatz ist halt einfach, dass der Zuschauer sich die Action im Kopf ausmalt und er gar nichts erklärt oder gar nichts zeigt. Er zeigt so ein paar Versatzstücke und all das andere, das malt sich der Zuschauer im Kopf aus. Und wenn ein Plakat dafür sorgt, dass man sich diesen Film im Kopf vorstellt, dann hat er seine Arbeit erreicht und genau das ist es, genau das ist es. Wenn ich diese ganzen Plakate anschaue, die ich früher in der Bibliothek gesehen habe, das hatte ich letztens auch schon bei Mandy beziehungsweise hatten wir letztens schon bei Mandy. Ich stand da als kleiner, filmbegeisterter Junge davor und habe mir diese ganzen Cover angeguckt und war immer wieder angetrieben, mir auszumalen, was in diesem Film passiert, wie dieser Film wirkt, wie dieser Film sein wird, welche Szenen darin vorkommen, welche Action mich erwartet und mich darauf gefreut, dass das auch dann wirklich hoffentlich meinen Vorstellungen entspricht. Und ja, und da hat er vollkommen recht, das sind die Plakate, die dafür gesorgt haben, dass ich so faszinierend von diesen ganzen Sachen war, dass ich wirklich diese Sachen anschauen wollte. Klar, das Ergebnis steht immer wieder auf einem anderen Blatt, aber nichtsdestotrotz, diese Plakate, die haben für mich auch einen Großteil meiner Filmfaszination generiert. Und ein schönes Interview, wirklich ein schönes Interview, sollte man sich unbedingt angucken. Und ja, dann aber halt auch das mit Grasmere, dem Effektspezialisten, was der erzählt, auch toll, der geht dann auch nochmal auf den Regiewechsel ein. Er sagt halt, dass Davis richtig viele Ideen hatten, aber plötzlich war er einfach nicht mehr da und Glazer hat es gut gemacht, aber Glazer hat im Endeffekt auch nur striktes Drehbuch befolgt. Auch ein schönes Ding, hat mich auch wirklich gefesselt. Aber richtig fesselnd war ich dann, und ich glaube, das ist fast das längste Interview, war ich dann von dem Interview mit Stephen E. de Souza, der hier das Drehbuch geschrieben hat. Der hatte zuvor das Drehbuch für nur 48 Stunden gemacht und für Phantomkommando. Und wurde natürlich dann auch dafür vereinnahmt beziehungsweise beauftragt. und was der so erzählt, das ist halt, der kommt halt auch mit der Geschichte daher, dass letztendlich diese Aufnahmen, diese sogenannten Dailies, die Davis, Richard Sir Davis, von diesem Puck, von diesem Explosionspuck hat machen lassen, dass die dafür gesorgt haben, dass er halt aus der Produktion entlassen worden ist. Ja, und erzählt auch noch so viele und ich meine, dann ist die Mene Souza, woher kennst du den Namen? Ja klar, der Typ hat Stipp langes abgeschrieben. Und so fügen sich so viele Geschicke da zusammen und es war wirklich einfach, obwohl man nicht so viel von den Dreharbeiten sieht, sondern höchstens vielleicht mal so das eine oder andere Bild oder die eine oder andere Fotografie, finde ich, haben all diese Sachen, all diese Beiträge, all diese Interviews, die haben so einen richtig schönen Eindruck von der Entstehung des Films hinterlassen. Es sind nur Talking Heads, es sind nur Anekdoten, die sie erzählen, aber trotzdem entsteht dadurch mithilfe auch des Booklets ein richtig, richtig schöner, ja, wie soll man sagen, Entstehungseindruck und da sind so viele echt coole Anekdoten dabei, die mir jetzt auch schon wieder alle entfallen sind, weil ich das jetzt alles auch so am Stück weggeguckt habe und es ist echt faszinierend. Ja, und ganz zum Schluss obendrauf gibt es noch zwei Featureds, das eine heißt Lockdown on Main Street, das geht über, ja, den Patriot Act, über die Bürgerrechte seit dem 11. September 2001 und wie es dazu kam, was das Ganze beinhaltet und das Ganze ist schon eine relativ düstere eine relativ düstere Analyse der Situation beziehungsweise dieser ganzen Vorgehensweisen, die dort damals eingegriffen haben und so. Also, ein Beispiel, es wird unter anderem gesagt, wie oft sich die Gerichte oder die die Kommission beraten musste im Urteil oder im Fall Lewinsky, Monika Lewinsky, die Praktikantin, die eine nicht ganz einwandfreie Beziehung zu dem damaligen Präsidenten Bill Clinton geführt hat beziehungsweise eine Affäre mit Bill Clinton hatte, die ihn dann letztendlich zu Fall gebracht hat, aber da wird halt gesagt, bei dem Fall wurden, keine Ahnung, wie viele Kommissionen einberufen, wie viele Tagungen irgendwie veranstaltet und wie viele, keine Ahnung, Gremien, die da irgendwelche Beschlüsse treffen mussten, organisiert und so weiter und so fort und beim Patriot Act nicht ein einziger, nicht ein einziger. Also, man muss leider sagen, klar, Running Man hat halt seine Themen, die auch in die heutige Zeit jetzt greifen, gerade mit staatlicher Regulierung und so weiter und so fort, aber ich fand dann dieses Featured doch ein wenig zu düster und zu ernst und zu bitter für einen dann doch vielleicht, ja eben halt auch auf Unterhaltung ausgelegten Actionfilm so und dementsprechend ja, weiß ich nicht, ob ich das unbedingt auf dem Bonusmaterial oder im Bonusmaterial brauche, aber ist schon interessant, genauso wie The Game Theory, das ist dann ein Featured, das sich halt, naja, zum einen mit der Dystopie in Running Man auseinandersetzt und dann zum anderen diese Dystopie auf die Reality-TV-Unterhaltung der Gegenwart oder zumindest der damaligen Gegenwart bezieht und knüpft oder Verbindungen knüpft und das fand ich, ja, das fand ich nicht ganz so spannend, die nehmen das zwar schon ganz gut auseinander, aber es sind im Endeffekt auch nur ein paar Talking Heads und man sieht nicht so viel beziehungsweise immer wieder dieselben Szenen, das kann man auch bei den Interviews anmerken vielleicht, dass da doch ein wenig häufig die gleichen Szenen eingesetzt werden, um Sachen zu unterbrechen, um als Trenner zu funktionieren und so weiter und so fort, aber, ja, dieses The Game Theory fand ich dann mit das am wenigsten unterhaltsamste Featured auf der Bonusdisc, aber nichtsdestotrotz, echt, wenn man Fan des Films ist, hier gibt es so viele interessante Anekdoten, so viele Details, so viele schöne Geschichten und Verknüpfungen, die hier präsentiert werden und die man vielleicht vorher nicht wusste, also ich wusste vieles davon nicht und ich habe das wirklich begeistert aufgesogen und freue mich richtig, wenn ich jetzt nochmal irgendwann demnächst über diesen Film reden darf, denn da werden etliche Informationen auch in dieses Gespräch mit einfließen, die ich hier aufgenommen habe und dementsprechend, ey, wer Fan von Arnold Schwarzenegger ist, wer Fan von Running Man ist, der kann sich dieses Ding echt nach Hause holen, es ist ein wirklich sehr schönes Gesamtpaket, klar, es ist auf jeden Fall was für Sammler, ich weiß nicht, ob es, ich meine, es gibt auch noch eine reguläre oder eine einfach, einfache, eine einfache Edition von der Neuabtastung, die sollte dann vielleicht bei Interesse auch reichen, aber wenn man echt wirklich großer Fan ist, dann kann man hier mit diesem Mediabook nichts falsch machen. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, ich hoffe, es war nicht allzu durcheinander und hoffentlich bis demnächst. Vielen Dank.